In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober ist Zeitumstellung. Und wir machen die längste Nacht des Jahres zur heißesten Nacht des Jahres. Die Gong 96.3 Pärchenhypnose. Das spannende Experiment für mehr Spaß zu zweit. Diese Hypnose kann für euch der Schlüsselmoment sein, dass ihr wieder spürt, wie schön es sein kann, sich für sich selbst und für den Partner Zeit zu nehmen. Hypnose-Coach Silva Schwabe verspricht mehr Lust, einfach nur durchs Radio hören. Hypnose für alle, ob frisch verliebt oder lange verheiratet. Es geht darum, sich selbst und seinen Gegenüber wieder zu spüren. Wir sorgen für Herbstklopfen bei der Gong 96.3 Pärchenhypnose. Nur wer's probiert, kann rausfinden, ob's funktioniert. Am Samstag, 24. Oktober ab 22 Uhr. Exklusiv auf Gong 96.3